...trashy. Aber jetzt was, ich probiere das jetzt mal hier kurz, kurz. Ich will da nochmal runtergehen. Aber doch wieder auf eine gewisse Art und Weise gut gemacht. Ah, fuck you. Warum kann ich da nicht runtergehen? Und vor allem, ich muss die Weiche da umlegen. Da, wo bist du? Da bist du. Da, komm her. Komm, 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 komm. Komm, abkürlen, abkürlen, abkürlen. Nice, 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 nice. Komm, abkürlen, abkürlen. Komm, 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 komm. Fuck, komm, komm, fuck, fuck. Komm, komm, komm. Nein, 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 nein. Oh, nice. Das hat funktioniert. Sogar sehr gut. Okay. Reparieren. Panzerung 24. Dann haben wir jetzt keinen Schrott mehr. Wo sind jetzt wir unterwegs? Ah, wir machen jetzt den langen Weg. Ja, okay. Wir fahren ja eh einmal komplett rundherum. Cool. Blammerwerfer gefällt mir. Ich wollte schon einen zweiten im Multiplayer, der mir hier die Waffen wechselt. Ach ja, so eine Zugfahrt, die kann doch echt aufregend sein. Aber für aufregend darf ja dann der Release von Simrail werden. Es wird so eine Katastrophe werden. Bei dem Playtest, den hätten es wirklich länger machen sollen. Ah, nach links. Nö. Wir fahren geradeaus weiter. Einmal über die Brücke wieder. Gibt es eigentlich Wünsche von euch, wo ihr sagt, ähm, aber wir stimmen doch das mal lieber öfter. Keine Ahnung, TS Classic, Streamray, Rainwords Online. Ach, wobei, Rainwords Online habe ich vor. Ach, man. Wir sind live zu streamen, sobald die letzte Episode draußen ist, die ich vorbereitet habe. Dann gibt es da wieder einen Livestream. Zwei Wochen dauert es noch, dann ist die letzte draußen. Wo ist er denn? Ankündigen und dann nicht kommen. Er ist aber nett. So, große Kurve. Ich muss irgendwie maximale Reisschaden, Megaschaden. Ich glaube, ich muss irgendwie ganz schnell zwischen dem da und dem hier wechseln. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir mal die alten Thomas und die Lokomotive sehr nicht immer wieder hol. Na klar, das ist für Kleinkinder, aber ich finde es irgendwie voll nett gemacht, so wie der Modelle Eisenbahn. Ich habe mir da das Making-of mal dazu angeschaut. Das ist egal, was die da für einen Aufwand reingesteckt haben, wie das dann so aussieht. Jetzt müssen wir nach links und dann rechts. Anhalten. So, finally, neue Strecke. Weiter geht's. So, da ist die nächste Weiche. Warte mal. War das nicht? Ja, vielleicht, wo wir... Da waren wir doch vorher. So, wir müssen ein bisschen retour. Okay. Ah, schon schön. Ich glaube, ich mache da mal einen kleinen Screenshot. Hello, Screenshot? Hallo. Steam? Nein, nein, kein Screenshot. So, Charles, bleib bitte jetzt weg. Ungefähr hier anhalten. Dankeschön. Oder? Das ist dann links von uns. Ähm... Das könnte spannend werden, wenn ich hier die Leute triggere und zur Lok laufe. Macht das vielleicht mehr Sinn, wenn wir uns hier hinstellen? Also, wie da? Ich komme hier doch nie im Leben wieder rauf. Ich glaube, wir stellen uns da auf der anderen Seite hin. Also, nächste links. Bist du schon auf links? Ah, dankeschön. Da kann ich einfach durchdüsen. Hau, das sind Steigungen. Das sieht sogar nach dem offiziellen Aufgang aus. Ja, dann fahren wir hier noch ein bisschen. Dann haben wir sie da besser im Schussfeld. Gibt's bei dem Camp Park Goodies? Ja, das gibt's. Sehr gut. Oh, wieder ein Brief. Welches Wack? Ist das schon der Eingang? Alles voller Blut hier. Oh, das dürfte der Eingang sein. Nein, ist nicht der Eingang. Es war einmal der Eingang. Ich glaube, ich werde es probieren, dass ich wirklich alle Träger auf einmal Das ist der Tempel, so wie es aussieht. Danke für den Schrott. Gut, das letzte Ei. Und dann der finale Endkampf. Glaube ich zumindest. Pfeifen wäre schon mal wieder da. Da hinten, ich sehe ihn. klar, läufst du wieder nach links? Wo läufst du hin? Okay, das ist einer, der von links nach rechts läuft. Fuck. Fuck, 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 Wow, 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 holy shit, die machen Schaden. Aber jetzt habe ich wenigstens zwei. Er hatte ich auch nicht. Das war nicht so klug. Das war nicht so klug. Wo ist der andere Typ? Wo ist der andere Typ? hier? Äh, ich bin nicht so klug. 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 Oh, der ist irgendwo stecken geblieben Ja gut, dann kann ich hier mal den ganzen Schrott mitnehmen Okay, da gibt es nicht mehr Wo bist du? Da hinten Fuck Was ist da hinten her? Ja Auch hier Ja, fuck Scheiße Oh, der shit Weglaufen Oh, shit Hey No Mach ich nicht Folge mir bitte Ja, komm her Brav machst du das Dankeschön Endlich Okay Letzter sei Was eine Übung Ging halt schneller, hätte ich eine Waffe Oder wäre es zumindest möglich, dass ich hier so eine Schrotflinte aufnehmen könnte Autsch Und so wie ich mein Glück kenne, hat es vermutlich noch einen dritten Nice Nice Schrott Und wieder ganz viel Blut Ja, da geht es dann in die Mine rein Oh, es geht nach unten Oh, bitte lass der Känke nicht mehr da unten sein Weil er kann mir hier vermutlich nicht drauf folgen Das war ein One-Way-Lift Das ist jetzt aber uncool Scheiße, da ist jemand Kommst du bitte hierher Siehst du mich, wenn ich hier so stehe? So eine Scheiße Da hinten Fuck, und wie kommen wir jetzt hier raus? Der hat mich nicht gesehen Der hat mich nicht Fuck Aber jetzt wird er mich gleich sehen Scheiße, 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 scheiße Holy shit Wie knapp war das denn jetzt? Dankeschön, dass du so blöd bist Wow Fuck Dead end Äh Muss ich denn hin? Hier lang? Ah, Quicktime Ich hasse es Auf einmal noch Ah, scheiß drauf Ich möchte wieder hier weg Aber wow Das war jetzt ja mal mega knapp Oh, fuck Was? Nein, jetzt kommt doch noch Charles Wo bin ich? Fuck, ich bin voll weit weg Nein Oh, bitte Das ist jetzt mega unfair Ich muss es irgendwie zur Lok schaffen Karte Oh, weiter nach links Oh, bitte lass mich das schaffen Alter, ich hab's gerade andere Probleme Da war gerade Charles hinter mir Nein, die Kiste Schnell aufmachen Und weg Oh, oh, scheiße Oh, bitte lassen wir uns nicht drauf gehen Mal runter gehen Nein, bitte nicht sterben Knapp, knapp, knapp Wo ist die Lok? Wo ist die Lok? Oh, da ist sie So, Abfahrt Ganz schnell Oh, wir haben's geschafft Ja, scheiße Eigentlich muss ich rückwärts fahren Rückwärts Um da jetzt hier zu diesem Schrein da zu kommen Ähm Wenn wir Wenn wir da den Schrein absetzen Wir müssten eigentlich irgendwie so fahren, ne? Vermutlich müssten wir eigentlich hier nochmal eine ganze Runde fahren Hier so Ne Das kann ich wie Äh, anhalten Ah Ja, fuck Kann schon wieder fahren Wo ist er? Mann, ich will doch nur die Weichen umstellen Mein Gott Wo bist du? Doch nicht da Also, nochmal schauen Ich würde dann Also, wir müssen Hm Wir sollten eigentlich hier Na, hier können wir auch nicht stehen Ja, wir müssen dann hier die ganze Runde fahren Also, stehen wir dann hier Irgendwo Okay Vorwärts Ja, das war schon so viel Komm, lass mich raus Dankeschön Ah, ich glaube, ich sehe den Weg zum Tempel Das wollen wir richtig genau hier Jo Okay Okay It's the final countdown Glaube ich Ernst, jetzt Jetzt sind hier auch Los geht's Geil Cutscene hat mich gerettet Das wird jetzt gleich so schief gehen Da hast du recht Oh Um Ähm 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 Äh, jo Ciao Was zum What the fuck Alter Gib Gas Gib Gas Aber sowas, Mann Holy shit Holy shit Holy shit Holy shit Fuck, 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 fuck Ich brauche einen Stabbelwerfer Nimm mich Scheiße Gelockt, repariert Geh weg, geh weg, geh weg Geh weg, geh weg Wo ist er hin? Was zum Alter, geh weg, geh weg Was ist denn das für eine Scheiße Was ist denn das für eine Scheiße Was ist denn das für eine Scheiße Alter, scheiße, ich muss die Lok der Breer Der schaffe ich nie Alter Das muss ich irgendwie verlangsamen können Scheiße, nein Was, wie soll ich denn das schaffen Alter Den Zug wiederbeleben, was passiert dann Sag bloß, ich muss da mit reinlaufen Hä Äh, ich muss also da mit reinlaufen Ich glaube, ich brauche Ein bisschen mehr Schrott Vielleicht hätte ich doch mehr Nebenmissionen machen sollen Kann man uns eigentlich hier mal umschauen Jaja, folgen mir mal bitte Jaja, kommt jetzt mal kurz mit Muss euch da was zeigen Äh, wo ist die Lok? Da hinten Ja, oh, scheiße, nein Okay Dann haben wir jetzt erstmal Ruhe Dann können wir da noch Bisschen nach Schrott gucken Da ist noch ein dritter Bisschen wir jetzt wirklich sagen Dass hier kein Schrott ist Ich brauche das für den Ah, doch Ja Zwei Also wenn jemand von euch eine Idee für die Taktik hat Ich wäre offen für Vorschläge Naja, okay Machen wir es mal auf Oh, Gott sei Dank Nein Ich und Quick, dann Mann, der letzte Quick Timescreen echt verboten Ah, okay Ich gebe es auf Will es jetzt nicht fertig machen Ah, da gibt es was zu lesen Schrott Gehen wir da oben rauf Und probieren nochmal den Kampf Andererseits hat es hier noch ein bisschen mehr Schrott Da hat es noch ein bisschen was Okay, gut Da hinten ist der andere Typ Schaut bitte nicht in meine Richtung Dankeschön Okay Geronimo Rauf da oben Einen, das ist ein Tempel Oh, fuck, fuck, fuck Komm Weg, 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 weg Geh weg Und nochmal Äh, Tab zu mir überspringen So, gib Gas Mann, scheiße Okay Greifen, 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 greifen Komm Ich weiß einfach nicht, welche Taktik ich machen soll Er mutiert halt da irgendwie jedes Mal Also, schade Komm, 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 komm Komm, 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 komm Schwer, das geschützt Ah, besser wird vorher Komm, 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 komm Komm, 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 komm Ich flache, ich flache, ich schade Scheiße Komm, 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 komm Komm, 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 komm Schießt, 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 schießt. Schießt verdammt nochmal. Nice. Yes. Nice. Leute, wir haben es geschafft. Hahaha. Ah, geil. Und ich habe nur zwei andere verbraucht. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, es hätte noch ein paar interessante Sachen gegeben mit den Neben-Missionen. Aber trotzdem, war witzig. War jetzt gar nicht mal so schlimm vom Horror her, wie ich dachte. Es ist schon eher spaßig. Aber cool. Cool umgesetzt. Daumen nach oben. Und es ist auch für mich jetzt Zeit, mit dem Stream aufzuhören. Lass morgen wieder arbeiten. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Eventuell morgen Abend mal schauen. Und dann auch wieder irgendwas zwischen 8 und 9, dass ich dann wieder starte. Oh, es geht weiter. Oh, wir haben wohl ein Ei übersehen. Scheiters nach Sequel. Kommt da jetzt eine Baby-Lokomotive raus? Kommt da jetzt eine Baby-Lokomotive raus? Ja, ich hatte es ja schon erwähnt. Ein automatischer Schlag wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Cool. Also, liebe Leute, ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns bald. Ciao. 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 Ciao.